Stefan, nimm doch die Pille mal mit dem Kopf. Wie, die ist so dreckig. Dann lass ihn doch reinigen bei Ikea im Bällebad. Ja, und RB Leipzig hat sich mal direkt verabschiedet aus dem Pokal, ne, gegen Wolfsburg. Trainer Rose so, es ist jetzt kein Stuhlkreis geplant. Schade, wenn ich da in der Kabine gewesen wäre, hätte ich sagen können, ihr seid der Stuhlkreis, den ich nie wollte. Gewinnt 6-0 gegen Köln und dann im Lieblingswettbewerb raus gegen Wolfsburg. Da frage ich mich auch gerade, wie gut ist eigentlich der 1. FC Köln gerade? Ach, keine Panik, RB Leipzig. Irgendwann wird der Rose in der Kabine brüllen, wer hat denn hier den Teufel an die Wand gemalt? Äh, Trainer, das ist ein Spiegel. Manni, ich kann dich nicht verstehen, red doch mal deutlich. Oder hast du dir am Kaffee die Zunge verbrannt und hast jetzt eine Flürfwunde? Und am Wochenende ist dann das Gipfeltreffen. Dortmund gegen die Bayern, ne, the big fight. Warum haben Boxer vorm Kampf keinen Sex? Weil sie sich gegenseitig nicht mögen. Bayern auf jeden Fall underdog. Laut dir, die hammern, ist logisch. Machst 8 Buden in 45 Minuten gegen Darmstadt, da bist du ganz klar. Den Hammern kannst du auch nur noch fragen. Herr Hammern, was versteht man unter einer Turbine? Ja, das ist so ein Flugzeug. Ja, nix, weil es zu laut ist. Der Darmstädter Trainer, Lieberknecht, ne, der hat vorm Spiel gegen die Bayern auch gesagt, nehmt euch vor den Münchnern in 8 und nicht nehmt euch 8 von den Münchnern. Stefan, pst. Nur weil du einmal gebügelt hast, bist du doch lange nicht Ironman. Einer fehlt bei den Bayern auf jeden Fall, Harry Kane. Harry Kane ist nicht mit dabei. Und zwar im FC Bayern München Adventskalender. Ja, der ist da nicht drauf von vorne, ne. Und Thomas Tuchel auch nicht. Gut beim Tuchel verstehst du. Hast du sonst so 23 Türchen mit so kleinen Schokoteilen drin. Dann machst du das Türchen vom Tuchel auf, ne, und da ist da so ein Dinkelkeks drin. Buchst du Thomas Tuchel als Weihnachtsmann. Dann sind in den Kittler Schokobons, keine Schokoladenteile, sondern so einzelne Trauben eingerollt. Na, Herrmann, bei deinem Adventskalender sieht man auch, dass vor zwei Tagen schon Heiligabend war. Ja, spätestens 2034 geiefen Rente. Fußball-WM in Saudi-Arabien, ne. Weil Australien abgesprungen ist. Ja, sicher. Wer glaubt, Saudi-Arabien hat sich für die Fußball-WM beworben, der glaubt auch, Lokführer atmen ausschließlich Zugluft. Patrick. No risk, no fun. Du gehst doch auch mit einer Übergangsjacke durch eine Unterführung. Ja, Gymnastik ist bei meinen Jungs ja überhaupt nicht beliebt. Ganz einfacher Trick, ne. Ich hab jetzt für jeden gekauft so eine Skinny-Jeans. Und die ziehen wir dann immer aus und an. Nach 20 Minuten komplett aufgewärmt, ne. Ich hatte letztens auch ein Probetraining. Der Rainer, konnte gar nichts an der Kugel. Fragte mich, Trainer, warum gab ihm das Elfmeter? Ich so, das war eine Schwalbe. Ah, das stimmt ja, wegen dem Vogel auf dem Spielfeld. Du hast die fallen gelassen. Er so, ja, aber nicht auf die Schwalbe. Aber sonst ein pfiffiges Kärtchen, der Rainer, ne. Wir waren in der Disco nach dem Spiel. Eher schön am Shakeern, am Flirten. Sagt er zu so einer jungen Dame. Wenn du bei Freibier das F vorne wegnimmst, es hinten ans Brot dransetzt und es dann rückwärts liest, dann heißt es wieder Freibier. Natürlich direkt einen Korb bekommen. Er sagt dann zu dir, ah, scheiße, jetzt krieg ich noch nie mal mehr die hässlichen ab. Kevin! Boah, der ist so hohl. Ich so, letztens, brauchst du ein paar Tipps zum Abnehmen? Er so, Trainer, ich komm da klar. Ich drück meistens auf diesen grünen Knopf da und dann... Ah, ist das noch richtig hinten drin? Oh, ne komische Frage, ich weiß. Der Darmstädter... Ah, ho, ho! Ja, sitzt. Gut, beim Togel verstehe ich's, ne. Hast sonst so dreienzwirte... Aber sonst ein pfiffiges Kerlchen, der Rainer, hab ich gesagt, dann wär doch Schiri. Ja, Gymnastik ist bei meinen Jungs nicht so beliebt, ne. Das hab ich... Ja, eben noch gesagt, nix für die Outtakes. Der letzte ist ein kompletter. So, nochmal. Der denkt auch Zugführer. Danke, verkackt. Ich hatte letztens auch ein Probetraining. Der Rainer, konnte gar nix an der Kugel. Jetzt muss ich nachgucken. Ah, 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 ah.